Edmund, dieser Brief betrifft sich den Anspruch auf den Seezugang des neuen Nachbarn und auch auf das Badehaus, das an einer Stelle des Ufers steht. Du weißt, dass wir seit 20 Jahren unser Wohnhaus gepachtet haben, aber ich verstehe nicht, warum meine Familie und ich nochmal unser Heim in Gefahr sehen müssen. Wir waren dort Flüchtlinge, als wir zurück nach Deutschland kamen. Ich verstehe schon die Wille des Parteis, aber ich bitte dich um Verständnis für meine Besorgnisse über den Seezugang und den Badehaus. Ich wünsche deshalb, mein Haus zu kaufen und wünsche selbstverständlich, dass man das Badehaus nach oben besitzt. Mit sozialistischem Gruß